Herr Herr, Herr von Grön. Ich ermenne Sie hier jetzt, Oberbefehlshammer der Luftwaffe. Zugleich beförder ich Sie zum Generalfeldmarscher. Eine große Verantwortung liegt nur noch für Entschuldung. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein geschwätzter Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler hat in Lübeck Ja, 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 ja! Aber Himmler, ja, ist das wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir Ihr Felgelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie bleiben, Doktor. Bitte. Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmitz. Teilen Sie mit. Er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, und ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen. Mein Führer? Ja, klappen Sie deine Schauer tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wählen sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Gönnitz mobilisiert den Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangerbewegung zerquetschen. Zugleich fälle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Untertitelung im Auftrag des ZDF,